In diesem Kapitel schauen wir uns das Event-Handling in JavaScript an. Die einfachste Art des Event-Handling ist es, die JavaScript-Funktion über das OnClick-Attribut, beispielsweise eines HTML-Buttons, einzubinden. Weitere mögliche Ereignisse sind beispielsweise OnLoad oder OnMouseOver. In diesem Code wird bei einem Klick auf den Button die JavaScript-Funktion OnClickHandler aufgerufen. Diese Attribute sollen aber nach heutigem Stand nicht mehr verwendet werden. Christian Heilmann entwickelte den Begriff Unobtrusive JavaScript, also unaufdringliches oder auch barrierefreies JavaScript. Die Interaktivität soll stattdessen dem Dokument automatisch hinzugefügt werden. Im HTML-Code sollte sich also kein JavaScript in Form von Event-Handler-Attributen befinden, sondern beim Laden des Dokuments sollten die Skripte automatisch starten und die Ereignisüberwachung an den betreffenden Elementen übernehmen. Im Idealfall sollte im Head-Element das ein oder andere Skript-Element stehen, um eine externe JavaScript-Datei einzubinden, die dann ihrerseits aktiv wird und die Event-Handler an die jeweiligen Elemente anbringt. Dazu können Elemente, denen ein bestimmtes Verhalten hinzugefügt werden soll, zum Beispiel mit einer Klasse markiert oder bei Bedarf mit einer ID ausgezeichnet werden. Mischen Sie also kein JavaScript mit HTML. Hängen Sie stattdessen Event-Händler dynamisch an HTML-Elemente an. Trennen Sie auch CSS-Anweisungen von JavaScript-Code. Definieren Sie die Formatierungsregeln in einem zentralen Style-Sheet, nicht im JavaScript. Sorgen Sie im JavaScript dafür, dass diese Formatierungsregeln angewendet werden, indem Sie einem Element dynamisch eine Klasse hinzufügen. Man kann in JavaScript nämlich einen Event-Listener mittels Element-Add-Event-Listener hinzufügen. Falls der Event-Händler nicht mehr ausgeführt werden soll, muss er mittels Element-Remove-Event-Listener wieder entfernt werden. Auf diese Weise können beliebig viele Handler für ein Event auf einem Element erstellt werden. Man kann ihn auch direkt im HTML oder durch Element-On-Event-Name hinzufügen. Dabei kann jedoch nur ein Handler benutzt werden. Schauen wir uns einmal einen solchen dynamischen Handler an. Zunächst etwas CSS-Code für ein Main-Element. Es gibt einen Innenabstand, Padding an, eine maximale Breite und eine Hintergrundfarbe. Outline bestimmt alle vier Außenlinien eines Elements. Im Unterschied zu Border wird die Outline nicht als Teil des Box-Modells zur Elementgröße hinzugerechnet, sondern als letzter Schritt draufgemalt, ohne Platz wegzunehmen. Hier sehen wir nun den HTML-Body, der kein JavaScript mehr enthält. Es gibt eine Überschrift und dieses Main-Element. Dies wiederum besteht aus einem Absatz, einem Button ohne Funktion, sowie über einen noch versteckten Absatz mit der ID Message. Nun kommt der JavaScript-Code. Das Hinzufügen der Event-Listener erfolgt erst dann, wenn der gesamte DOM-Baum geladen ist. Dies ist nötig, da die HTML-Elemente existieren müssen, auf die der Event-Listener angewendet wird. Auf diese Weise kann der Code des Event-Listeners auch oben im HTML-Head in einem Script-Tag problemlos eingebaut werden. In der anonymen Funktion wird dann der Button ermittelt und das Click-Event gewählt. Es wird angegeben, dass BI einem Klick auf den Button die Funktion Handler for Button ausgeführt wird. Diese wiederum sucht im DOM-Baum, nachdem der Button geklickt wurde, das Main-Element und fügt diesem dann ein Klick-Handler hinzu. Wenn man dann auf das Main-Element klickt, wird die Funktion Handler for Main ausgeführt. Diese wiederum sucht im DOM-Baum die ID des versteckten Absatzes und macht diesen Absatz sichtbar. Probieren Sie es aus. Schauen wir noch etwas genauer darauf, wie das Event-Handling funktioniert. Dabei sind die Begriffe Capture und Bubbling wichtig. Ein DOM-Event kann ein Mausklick, das Betätigen einer Taste oder ähnliches sein. Man kann für jedes Element ein oder mehrere Event-Händler definieren. Diese werden ausgeführt, falls das Event auftritt. Ein vom Browser ausgelöstes Event, zum Beispiel ein Button-Klick, wandert von Window zu dem Element, das das Event ausgelöst hat. Anschließend wandert das Event zurück zu Window. Die erste Phase nennt man Capture, die anderen Bubbling. Bei jedem Schritt dieser Wanderung werden die Event-Handler des aktuellen Elements aufgerufen. Die Wanderung kann durch eine API unterbrochen werden. Das nun folgende Beispiel demonstriert, wie Events bei Auslösung wandern. Sehen Sie sich die folgenden Screenshots an und programmieren Sie das Beispiel mit dem hier zur Verfügung gestellten Code nach. Versuchen Sie, den Code nachzuvollziehen. Wir haben hier einen HTML-Code mit sechs verschachtelten Diff-Elementen, der auf den nächsten Folien genauer erklärt wird. Das Beispiel ist von javascript.info eine gute Quelle zum Lernen von JavaScript. Bewegt man die Maus auf das Diff-Element mit dem Namen HTML, so werden alle Elemente von Window über Dokument bis zum HTML blau eingefärbt. Bewegt man die Maus dann weiter nach innen zu Body oder Diff, so werden stets alle Elemente bis dahin blau eingefärbt. Dies funktioniert vom Window bis zum Button. Klickt man nun auf den Button, so erhält man eine Meldung mit der folgenden Ausgabe. Capture von Window bis zum Button und dahinter Bubble vom Button bis zurück zu Window. Was passiert, wenn man auf ein anderes Element klickt? Bitte programmieren Sie die Quellcodes von den folgenden Folien nach und finden Sie es heraus. Schauen wir uns nun den Quellcode an, der dieses Verhalten erzeugt. Zunächst werden die verschachtelten Diff-Elemente als HTML-Code erzeugt. Window, Document, HTML, Body, Diff und Button. Nun folgt der CSS-Code für die Seite. LineHeight gleich 0 setzt den Zeilenabstand auf 0. Dies bewirkt, dass die Zeilen innerhalb eines Absatzes ohne zusätzlichen Abstand dargestellt werden, was in der Regel zu einer dichten Darstellung des Textes führt. Der Stil Display-Inline-Block ändert die Darstellung des Diff-Elements, wodurch das Element wie ein Inline-Element behandelt wird, aber gleichzeitig Block-Element-Eigenschaften wie Höhe und Breite beibehalten kann. Die Padding-Angabe fügt einen Innenabstand von 5 Pixeln hinzu, wodurch der Inhalt des Elements nicht direkt an dessen Ränder stößt. Der Hintergrund des Diff-Elements wird durch den Background auf Weiß gesetzt. Der Border-Stil fügt eine einpixelige, durchgehende und hellgraue Rahmenlinie um das Diff-Element hinzu. Der Cursor-Pointer-Stil ändert den Mauszeiger in einer Hand, wenn der Benutzer über das Diff-Element fährt, was darauf hinweist, dass das Element klickbar ist. Die letzte Regel definiert das Erscheinungsbild des Diff-Elements, wenn der Benutzer mit der Maus darüber fährt, also den Hover-Zustand. Der Stil Diff-Hover spezifiziert, dass die Regel nur auf Diff-Elemente im Hover-Zustand angewendet wird. Der Border-Stil ändert die Rahmenlinie auf eine einpixelige, durchgehende und hellrote Linie, wenn das Diff-Element gehoft wird. Der Hintergrund des Diff-Elements ändert sich durch Background in ein helles Blau, wenn der Benutzer darüber fährt. Dieser JavaScript-Quellcode definiert mehrere Variablen und Funktionen, die zusammenarbeiten, um Ereignisse von Diff-Elementen auf einer Webseite zu erfassen und zu protokollieren. Die Hauptfunktionen des Codes sind die Erfassung von Klickereignissen auf Diff-Elementen, die Unterscheidung zwischen Capture und Bubble-Phasen von Ereignissen und das Sammeln und Anzeigen von Nachrichten. Der Code beginnt mit der Deklaration zweier globaler Variablen, Storage und Flag. Die Variable Storage ist ein leerer String, der zum Speichern von Protokollnachrichten verwendet wird, während Flag ein boolischer Wert ist, der zur Steuerung der Protokollierung dient und initial auf True gesetzt wird. Die Log-Funktion nimmt eine Nachricht als Parameter entgegen und fügt diese Nachricht zusammen mit einem Zeilenumbruch an die Storage-Variable an. Wenn das Flag auf True gesetzt ist, wird es auf False gesetzt und ein Timeout von 500 Millisekunden gestartet. Nach Ablauf des Timeouts wird ein Alert-Fenster mit dem Inhalt von Storage angezeigt, Flag wird wieder auf True gesetzt und Storage wird geleert. Die Capture-Funktion protokolliert eine Nachricht, die angibt, dass ein Capture-Ereignis aufgetreten ist, zusammen mit dem Textinhalt des ersten Kindknotens des Elements, auf dem das Ereignis ausgelöst wurde. Diese Nachricht wird durch Aufrufen der Log-Funktion mit dem String beginnend mit Capture erzeugt. Die Bubble-Funktion arbeitet ähnlich wie die Capture-Funktion, protokolliert jedoch eine Nachricht, die ein Bubble-Ereignis angibt, ebenfalls mit dem Textinhalt des ersten Kindknotens des betroffenen Elements. Dies erfolgt durch Aufrufen der Log-Funktion mit dem String beginnend mit Bubble erzeugt. Anschließend wird eine Liste aller Diff-Elemente auf der Seite abgerufen und als Array in der Variablen Diffs gespeichert. Eine Schleife iteriert über alle gefundenen Diff-Elemente und fügt jedem Diff-Element zwei Ereignis-Listener hinzu. Der erste Listener wird für das Klick-Ereignis im Capture-Modus, True als dritter Parameter, hinzugefügt und ruft die Capture-Funktion auf. Der zweite Listener wird ebenfalls für das Klick-Ereignis jedoch im Bubble-Modus False als dritter Parameter hinzugefügt und ruft die Bubble-Funktion auf. Und mit diesem HTML, CSS und JavaScript-Code erhalten Sie das Verhalten, wie es beschrieben wurde. Das Ereignis wird von oben nach unten bis zum auslösenden Element, hier der Button, durchgereicht, was man als Capture bezeichnet. Nach der Verarbeitung wird das Ereignis wieder bis nach oben zurückgereicht, was man als Bubbling bezeichnet. Das Verhalten ist nochmals hinter dem Link von javascript.info genauer beschrieben.